27.78 Uhr, Zeit für ein Tech-Täglich, der Erste der Woche. Mein, erst mal, sogar letzter Tech-Täglich der Woche, weil ich dann erst mal weg bin. Aber hier, Frank, Robert, die Kollegen werden das schon mal am Freitag, bin ich dann wieder da. Sag mal was, Frank. Frank, das bin ich übrigens. Und mehr von Frank und mehr Tech-Themen gibt's gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist die Gigatec. Ich bin Armin. Tech-Täglich vom 18.03. Frank hat mir gerade gesagt, er kann 10 Minuten noch. Nach 10 Minuten geht er hart raus hier aus diesem Tech-Täglich. Das sollten wir aber hinkriegen. Und schon im ersten Thema dieses Tech-Täglich geht's richtig ab. Wir schauen, oder die Welt vielmehr, schaut nach Bamberg. Aus Bamberg kommt nicht nur mein lieber Kollege Sebastian, der sich ganz doll gefreut hat, als es diese Meldung Ende letzter Woche schon gab. In Bamberg findet auch deutschlandweit der erste, wie soll man sagen, Live-Test von ausleihbaren E-Rollern statt. Die kommen ja jetzt, das wissen wir alle, freuen wir uns auch alle schon drauf. Johann hat neulich schon mal einen getestet hier auf dem Flughafen Tempelhof. Ist das schon abgehoben mit dem Ding dann auch. Und die werden ja kommen. Die Gesetzeslage ist noch nicht final, aber es geht in diese Richtung. Zum Mai. Und Bamberg, Bamberg sagt man Sebastian, oder? Bamberg. Bamberg. Fast. Sebastian, fast. Fast richtig gesagt. Bamberg. 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 Hat sozusagen als Pilot jetzt mal, ich glaub 13 E-Scooter sind das. 15. 15. 15 E-Scooter mit Sondergenehmigung dürfen durch die Straßen der, Achtung, oberfränkischen Stadt rollen. Und zwar ist das so, also man kann sich dann bei den Stadtwerken Bamberg, kann man sich registrieren. Und dann kann man da mitmachen. Ist auch eine Domstadt. Ist auch eine Domstadt, Bamberg. Gibt's auch Spatzen. Bamberger Domspatzen gibt's da. Universitätsstadt. Universitätsstadt auch noch. Also es wird vor allem so eine Sache für Studenten sein oder für Stadtbedienstete. Ne, das sind ja der Bürgermeister und der Chef von der Stadtwerke. Weil man muss sich nämlich bei den Stadtwerken online dafür bewerben. Also, wenn ihr E-Roller fahren ausprobieren wollt, dann müsst ihr nach Bamberg fahren demnächst. Und das da einfach mal ausprobieren. Müsst ihr euch aber vorher registrieren bei den Bewerben sogar. Testkunden bewerben bei den Stadtwerken Bamberg. Wird wahrscheinlich nichts werden, wenn ihr nicht in Bamberg wohnt. Die werden wahrscheinlich sagen Bamberger first. Und deswegen... Bambergerinnen. Bambergerinnen first, dann Bamberger. Und dann geht's auf dem Roller ab. Tolle Sache. Jetzt hatte ich gerade gesagt, eigentlich sind die Weichen gestellt, dass das dann deutschlandweit auch kommt. Und allerdings gibt es auch Gegenwehr. Und zwar hat Wirtschafts- und Umweltrechner Prof. Dr. Stefan Klinski... Der hat gesagt, in einem Rechtsgutachten hat er festgestellt, jetzt wird's richtig kurios, die geplante Freigabe für Elektro-Roller verstoße gegen das Grundgesetz sogar. Konkret ginge es um Roller, die zwischen 6 und 12 Kilometer fahren können und auf Gehwegen unterwegs sein sollen. Darüber gibt es noch die Klasse der E-Scooter, die zwischen 12 und 20 Kilometer erreichen. Die werden vorrangig auf Radwegen gefahren. Also geht's jetzt um die, die dann so langsam sind, dass sie auf dem Gehweg fahren. Und er meint, grundgesetzwidrig wird hier den wirtschaftlichen Interessen der Hersteller und den Verwendungsinteressen der Nutzer vorrang vor den gesundheitlichen Schutzinteressen der Fußgänger eingeräumt. Muss man auch mal bedenken. Die Welt geht mit diesen E-Scootern dann den Bach runter. Aber ist ja gut, dass Bamberg das für uns jetzt ausprobiert, weil wenn Bamberg in vier Monaten feststellt, wir haben 48 Todesopfer durch E-Roller, dann wird es deutschlandweit nicht kommen. Also deswegen danke Bamberg dafür. So, dann kleinere Meldung am Rande, es gibt neue iPads. Und zwar hat Apple ziemlich sang- und klanglos, also ohne Event, einfach per Pressemitteilung neue iPads vorgestellt. Und zwar ein 10,5 Zoll iPad, Achtung, Air. Ein iPad Air 10,5 Zoll. Oh, was ist das denn? Und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das ist eigentlich, ist das ein abgespecktes Pro-Modell. Also da fehlen ein paar Sachen. Welche weiß ich nicht. Ihr könnt aber alles lesen. Hat aber ein laminiertes Display. Ne, hat es. Aber es hat kein... Hat es. Es hat aber kein 120-Hertz-Display und auch nicht hier Pro-Motion-Technologie. Aber hier, Apple Pencil, erste Generation, funktioniert auch. Hat den A12-Prozessor, also ist auch schnell. Nur noch zwei Stereo-Lautsprecher auf einer Seite. Also, wenn man es hochkant nimmt, auf beiden Seiten. Aber wenn man es Landscape nimmt... Das macht Samsung auch bei dem neuen A. Ganz komisch, verstehe ich auch nicht. Und Kamera hat nur 8 statt 12 Megapixel, wie noch im Pro. Trotzdem, aber kein Kamerabuckel. Aber laminiertes Display. Ja. Das haben Sie extra nochmal durch so eine Laminiermaschine bezogen. Und Kopfhörerklinke. Das ist ja vielleicht für viele auch nochmal ein Grund zu sagen, ja, okay, das lege ich mir nochmal zu. Nicht mutig genug. Grundsätzlich gutes Gerät, aber auch jetzt nicht ganz billig. Mit 64 Gig Speicher kostet das immerhin 549 Euro. 256 dann sogar schon 719 Euro. Und wer Zellular möchte, muss auf beide Modelle nochmal 140 Euro drauf zahlen. Ab 1. April ist Auslieferung und man kann jetzt schon vorbestellen. 3. 3. April, Entschuldigung. 3. April, war April-Scherz von mir. Ab 3. April. Zellular heißt das auf Deutsch? Zellular? Ja, Zellular. Ich telefoniere, ich rufe dich nachher Zellular an. Das heißt mit Händen nicht schwingen. Fastness. Und meine endoklasmatischen Rettigungen. Und dann gibt's noch ein neues iPad Mini und zwar 5. iPad Mini 5. Da ist es ähnlich, das hat Touch-ID, kein Face-ID, hat ein 7,9-Zoll-Display, ist sehr dünn, unterstützt auch Apple Pencil erste Generation und A12. Das ist eine Display-Auflösung. 480p oder so. Ne, weiß ich nicht. So wie unser Video. Das sagt Apple ja nicht. Retina halt. Retina-Auflösung. Retina. Retina. Weiß ich nicht. Steht noch nicht mal, ob's Retina ist. Sebastian, weißt du das? Ne, weißt du was dann auch nicht? Mini 326 ppi und gleiche Auflösung wie früher. 326 ppi, gleiche Auflösung wie früher. Also eigentlich gar nicht so viel anders. Gibt keinen Kamerabuckel. Frontkamera 7 Megapixel, Rückkamera 8 Megapixel, Frontkamera mit einem Blendenwert von, ich überset das mal, f2.2, lichtempfindlicher als die rückwärtige Linse. Die hat nur f2.4. So, Preise geht los bei 449 Euro für die 64 Gigabyte Version 619 für die 256 und zellular dann wieder, ja, sind 140 Euro mehr. So, wird zwischen dem 3. und 5. April ausgeliefert, wenn ihr jetzt sofort bestellt. Moment, zwischen dem 3. und dem 5. April? Ja. Warum beschreiben sie nicht einfach 4. April? Aha. Kann ja auch sein, dass am 3. April dann schon kommen. Ja, aber dann ist ja nicht dazwischen. Ach Frank, lass mich in Ruhe. So, dann Xiaomi schockt mal wieder die Konkurrenz mit günstigen Preisen. Und zwar sagen die, wir bauen jetzt auch ein faltbares Telefon, soll zwischen April und Juni kommen. Jetzt sagt Frank wieder, ja, sag doch gleich Mai. Ähm, und während Samsung und Huawei für ihre Geräte ja so 2.000 Euro plus minus, eher plus veranschlagen, sagt Xiaomi, 1.000 Euro. Hier, 1.000 Euro hast du ein faltbares Smartphone. Äh, klingt erstmal gut. Klingt auch so, das erwarten wir von Xiaomi. Es gibt einen Haken, oder eventuell gibt es einen Haken an der Sache, und zwar sowohl Huawei als auch Samsung setzen auf Displays von Samsung Display und Böö, B-O-E Display. Die sind so, da wissen wir, die können das, das haben wir jetzt gesehen. Äh, Xiaomi setzt auf, ähm, OLED-Bildschirme von Vision Knox Technology. Da wissen wir jetzt noch nicht, ob die das können. Das heißt, irgendwie muss der günstigere Preis ja zustande kommen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Displays günstiger sind, die sie verbauen. Und das lässt natürlich Befürchtungen aufkommen, dass die dann auch nicht so geil sind. Ach, mal abwarten. Aber das ist jetzt spekulativ. Mal abwarten, was Xiaomi uns da bietet. Und eventuell gibt's dann bald ein richtig günstiges faltbares Smartphone von Xiaomi. Wobei ja auch Huawei-Chef Richard Yu schon gesagt hat, wir werden in den nächsten Jahren auch drastisch den Preis für faltbare Smartphones von uns senken. Und in drei, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht sogar 500 Euro für ein faltbares Smartphone. Das ist aber nur Konzeptbild hier, ne? Weiß ich nicht. Bildquelle, Tech-Configuration. Ja, scheint mein Konzept zu sein. Ihr könnt das wie auch alle Themen vorher, also die neuen iPads und natürlich Bamberg im E-Scooter-Rausch... Könnt ihr im Internet. Könnt ihr alles im Internet unter giga.de slash android slash tech slash apple nachlesen oder einfach auf den Link hier unten in der Beschreibung des Videos klicken. Dann seid ihr voll informiert. Und einen habe ich noch, was Launiges zum Schluss. Und zwar AirPods. Am Design der AirPods scheiden sich ja die Geister. Viele Witze hier, Zahnbürste und so mache ich auch gerne. Und jetzt gab's irgendwie mal einen Aufruf, baut doch mal AirPods in Kunst ein. Und das haben ganz viele Leute gemacht. Ist wohl auch ein Wettbewerb entstanden mit irgendwie Preisgeldern für guten Zweck. Und dann haben ganz viele Leute in gestandene Kunst AirPods eingebaut. Und da sind tolle Ergebnisse dabei rausgekommen. Also hier Frida Kahlo, das Mädchen mit den Perlenohrringen und sowas. Könnt ihr euch mal angucken. Haben wir euch ein paar Bilder rausgesucht. Ist ganz amüsant, diese AirPods mal in so einem ungewohnten Setting zu sehen. Das waren die Tech-Themen... Musst du nicht weg jetzt, Frank? Tech-Themen des heutigen Tages. Ich bleibe. Und jetzt schauen wir noch schnell in die Zuschauer-Kommentare. Da hatten Frank und ich uns im letzten Tag täglich gefragt, ob es in Österreich vielleicht einen festen Ausdruck für zweitäglich gibt. Das wäre natürlich praktisch, weil wir diesen Tag täglich dann eventuell wochenweise so benennen können. Leider hat uns Wolfgang Zahrer, von dem ich jetzt einfach mal annehme, er ist Österreicher, da eine Absage erteilt und meinte, nein, wir haben keinen extra Ausdruck für jeden zweiten Tag. Grüße aus Österreich. Und irgendjemand antwortet darauf mit Piefke. Damit sind wir gemeint, weil so nennt man in Österreich die Deutschen. Piefkes. Die alles so Wörter haben. Piefke. Wobei Piefke in Deutschland ja eigentlich eher so ein Berliner Jungen ist, ne? Piefke. Piefke. Ne, nicht Pimpf. Ne, der Steppke. Steppke gibt's. Ne, aber Piefke gibt's auch. Piefke. Doch, warte mal. Piefke. Ich muss das jetzt kurz recherchieren. Piefke. Steppke. Steppke gibt's. Piefke. Ach doch, nur in Österreich. Ich dachte, das sagt man in Berlin auch. Okay. Tja. Gut. Da hab ich mich gejorcht. Ja. So, jetzt muss ich hier wieder zurückklicken. So, dann nächster. Danke auf jeden Fall für die Aufklärung, Wolfgang Zahrer. Dann hat Lasse Zinkler korrigiert, und zwar richtig korrigiert. Hallo, Amir. Und Frank, mal wieder ein toller Tag täglich. Allerdings muss ich eine kleine Sache korrigieren, und zwar wird das Huawei P30 Pro leider keinen Micro SD Schacht haben, sondern wieder deren eigene NM Card, was ich sehr schade finde. Richtig. Also, ich find's auch schade. Huawei hat sozusagen einen eigenen, ich sag jetzt mal, SD-Kartenstandard erfunden. NM Card. Die sind anders, äh, sehen anders aus. Ein bisschen, sind halt sehr, sehr klein. Sind aber nicht kompatibel mit anderen Standards, und es gibt auch keine Lesegeräte. Das heißt, diese Karte kann nur im Moment von dem Huawei-Gerät gelesen werden. Das heißt, ihr könnt damit nicht Daten irgendwie an den Rechner übertragen. Ja, ob's nicht nur im Bläsen gibt. Stand aktuell gibt es das, glaub ich, noch nicht. Das kommt dann vielleicht, aber im Moment gibt es das nicht. Also, ihr müsstet dann sozusagen das Telefon per Kabel an den PC anschließen, oder halt über Cloud oder sowas. Aber so einfach geht's halt nicht. Das ist tatsächlich, äh, schade. Oh, ist so. So, dann, äh, sagt J unterstrich Schneiderlein. Armour und Franco, äh, ihr seid super, hab eine Frage. Wie kommt Roland Quante mal an die Bilder ran? Mit größtem Respekt und bewundener Hochachtung verbleibe ich in demütiger Hoffnung. Ähm, wissen wir nicht so genau, aber ich sag einfach mal, der Mann wird seine Quellen haben. Der krault, der krault, glaub ich, überwiegend Onlineshops ab. Oder so, das kann man auch. Man kann natürlich so gucken, Onlineshops hat da irgendjemand aus Versehen schon Produktbilder hochgeladen. Vielleicht auch auf Seiten, die eigentlich gar nicht so richtig öffentlich sind, aber wo man über einen Trick auf die URL kommt und dann kann man diese Bilder da abbringen. Das vermute ich jetzt mal. Die Onlineshops, die haben alle relativ gute, relativ einfach zu lesende URL Schemata. Und wenn man da einfach einen Crawler durchlaufen lässt und dann immer mal guckt. Dann gehst du halt auf www.xyshop.com.au Und dann ersetzt der Samsung Galaxy S10 durch Huawei P30 und guckst, ob da schon was ist. Und die IDs, die werden auch nicht zufällig generiert und die sind immer ansteckende Zahlen. Auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie der Roland das genau macht, wissen wir nicht. Das verrät er uns natürlich auch nicht. Aber es funktioniert ja offenbar. Offenbar. Offensichtlich. Ne, offenbar. Schweres Gleiche. Nein, offenbar. So, dann fragt Günter Tang, was habt ihr aktuell für Daily Driver? Läuft Armin immer noch mit seinem G7 rum? Nein, ich bin inzwischen auf einem Google Pixel 2 XL. Und frag du? OnePlus 6T. Toll. So, das auch geklärt. Dann hat Jonas Weidmann gefragt, wie macht ihr das eigentlich am Wochenende mit den am Wochenende online gehenden Beiträgen? Arbeitet jemand aus der Redaktion auch am Wochenende oder gibt es eine Funktion von YouTube? Beides. Es gibt, also wir timen die, die Artikel vor, sodass sie dann online gehen. Aber natürlich sind hier auch immer Leute, die aufpassen. Gucken, Blick auf die Seite haben und wo Bedarf ist, auch mal eingreifen. Ne? Also Redaktion kräftig. Genau. Also bei YouTube weniger, aber auf GIGA.de selbst. Da gibt es auch Leute, die am Wochenende mal in die Tasten hauen. Ja. Frank nicht, sondern seine Untergebenen zwingt er dann. So, und der letzte Kommentar ist, da gibt es ein schönes Kompliment von Dennis Hopper, der schreibt, erst liken, dann gucken, dann kommentieren. Toll. So muss man den tagtäglich konsumieren. Danke, Dennis. Und wenn mir das mit dem liken so gut gefallen hat, steige ich auf aus diesem tagtäglich mit. Alexa spiele I really like you von Carly Rae Jespen. Jebsen. Jespen liegt. Super. Super. Super.